Okay, ab nach unten, nochmal. Hui! So. Aber ich merke gerade, ich habe keine Dinger mehr. Was ist denn los? Alles gut, ich gucke mir hier gerade ein paar Sachen an. Achso, wo ist das denn? Dann mach das mal. So viel brauche ich davon nicht mehr, also passt das? So. Okay, gut, habe ich hier noch, sehr schön. Halt. Halt. So, das müsste reichen erst mal. Denke ich doch mal. Ja, 40, oh ja, 40, das reicht. Das reicht für oben. Denke ich mal. Hup. 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 Dann machen wir das da unten auch weg. Ich finde das so scheiße, dass es hier nicht so richtig abschließt. Finde ich echt doof. Aber na gut, wenn das nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Ich bin gerade nur etwas abgestürzt. Nicht arg. Ach so, nur den. Ja, nichts Neues. Okay, nur den. Wenn es nicht arg ist, dann ist es wohl auch nicht weiter schlimm. So sieht es aus. Sehr gut. Jetzt muss ich aber doch nochmal da runter. Ja, was muss? Das muss. Ja. Halt. Ich laufe wieder völlig falsch. Da geht es rein. Oh nein. Ich werde mich wieder so hart verlaufen auf dem Rückweg. Ja, mit Sicherheit. Wobei es so hart verlaufen hatte ich mich ja vorher nicht. Ich bin nur wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ja, naja. Macht ja nix. Komm, Roba. Komm. Nein, Quatsch. Oh, hallo. Hallo. Und so. Ja. Jetzt muss ich den ganzen Weg da runter laufen wegen einem Obsidian-Block. Ja. Und wieder zurück. Ich halte mich jetzt hier gar nicht groß länger auf, weil sonst artet das wieder aus. Ja. Und dein Ausatmen kennen wir. Oder auch nicht. Weil ich vorher kurz vorm Loch verreckt bin. Weil ich einfach verhungert bin. Ja. Richtig. So. Ja. Ich meine, für eine Terrasse kann man das so machen. Erstmal. Ist ja noch nicht fertig. Ey, komm runter hier. Drei Jahre später. War es auch noch schön. Ja, ich versuche hier gerade hart den Ausgang wieder zu erreichen. Okay. Aber ich bin fast da. Nur immer mit deinem Hart, ey. Ja, hart. Gibt es ja gerade Loots? Ich glaube, da gab es gerade Loots. Ja, habe ich richtig gesehen. So funktioniert das. Äh. Aha. Aha, 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 aha. Danke, Sadie. Ich danke dir. Sehr, sehr schön. So. Zack. 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 Äh, bist du zu Hause? Nee, ne? Oder? Oder? Bist du? Bist du? Wo ist jetzt mein... Hast du auch dein Bett bei dir? Oder ist das noch nicht da? Ah, so kann ich es rausholen. Okay. Nein, es ist nicht bei mir. Es ist nicht bei mir. Ich bin hier gerade am testen. Okay. Weil... Eigentlich auch mit dem. Ich dachte mir, sonst hätte man ja mal, ne? Wieder mal. Der zeigt mir nichts an. Oder das sind einfach zu wenige? Ja, wir können gleich schlafen gehen. Alles Gute. Alles Gute. Sehr gut. Weil ich hätte ganz gerne da doch... Wenn ich hier mit unsichtbaren Scheiben da irgendwie arbeite, hätte ich doch ganz gerne ein bisschen Licht. Mit unsichtbaren Scheiben. Ja. Mit unsichtbaren Scheiben. Gute sind Werbeeinblendungen, die Zuschauer generieren können. Und pro Zuschauer bekommst du halt ein bisschen Anteil und ab 5 Euro bekommst du es dann ausgezahlt. Ist halt ein Werbefinanzierte Unterstützungsmethode für Zuschauer halt kostenlos. Das Einzige, was die brauchen, ist halt super. Ja, ich danke dir. Das Einzige, was die halt brauchen, ist nur eine E-Mail-Adresse, am besten eine Wegwerf-E-Mail-Adresse. So habe ich das auch schon in meiner Beschreibung drin zu stehen. Ich glaube, das zählt. Ich glaube nicht. Ich brauche ein blaues Blümchen, was mir blauen Farbstoff gibt. Ja, na dann, weißt du Bescheid. Oh, 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 oh. Es hat sich echt gut angehört. Auf weia. Puh. Wieder einmal mehr Glück als Verstand. Ja. Ich glaube auch. Hä? Ja, ich bin halt mal einfach über die, auch Leidlo, okay. Über die Schlucht komplett drüber gesprungen. Okay. Und ich habe mich schon darunter fallen und sterben sehen. Das wäre ja ziemlich doof gewesen. Das wäre echt hart gewesen, definitiv. Äh, so, warte mal. Da muss ich mir noch mal ganz kurz was gucken. Pinke Blümchen geben, pinken Farbstoff. Pink ist cool. Iiii. Gar nicht ii. Voll ii, aber so richtig ii. Selber ii. Bachelors Button, mal gucken was, was die geben. Blauen Farbstoff, sehr schön, sehr schön. Ja, übrigens, bei uns hier, beide, bin ich eher das Mädchen, ne? Nur mal so nebenbei. Das erklärt auch die Farbe. Ich hätte überhaupt nicht auf. Ne? Das, äh, nur mal so nebenbei. Ich bin aber auch voll das Mädchen, ey. Ja, kannst du ja auch. Nein. Ja gut, dann nicht. So. Ich bin voll, voll unbegabt in sowas. Ach, Quatsch, erzähl nicht. Das ist alles Sand, das ist alles toll, das brauchen wir aber nicht. Nein, nein. Hier haben wir doch noch mal, noch mal Clay. Ein Clay ihn zu knechten, Rat. Ja, da wäre ein Sumpfbjong jetzt cool. Ja, glaube ich dir. Clay. Nee, war das das? Nee, das war das hier. Ja, genau, das war das. Ja. Hier muss ich mir nur was einfallen lassen. Oh, verdammt, ich sollte dringend nach Hause gehen. Warum? Hast du Hunger? Ein wenig, ein wenig. Ja, okay. Ja, dann mal ab mit dir nach Hause, du. So. Äh. Hup, 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 hup. 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 So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hup. 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 Ähm. Hup. Achso, und dann noch ordentliches Glas. Hup. 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 Guck mal, ich glaub, dir geht's ja wohl zu gut. Was? Wem weckerst du? Und dann kann man den noch nicht mal hauen. Du dämlicher Dreckspenner, ey. Mit wem redest du? Ja, er baut hier das, 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 den, den Zaun hier ab. Indem er hier Pflanzenscheiße hinsetzt. Der End. Achso, der End. Alter, verschwind. Ja, man. Ich schub's dich gleich hinten die Klippe runter, wenn du nicht abhaust. Dann, dann leg dich doch mal mit ihm an. So. Ey, hallo. Dankeschön. Hau bloß ab, du, ich sag's dir. Falsche Richtung, mein Freund. Hup. Los, komm, hau ab. Toll, und jetzt verhungere ich wegen dem Penner, weil ich den hier erst wegschieben muss. Geh nach da hinten zu deinen Freunden. Und ins Wasser planschen, ist mir auch egal. Ja, aber das, äh, ne? Toll, und ich hab noch ein halbes Hunger und, äh, ein halbes Essen und ich, ich bin jetzt tot. Und ich werde sterben zwischen meinem neuen und meinem alten Haus. Yay. Äh, vielleicht mit der Axt, weil es doch Holz, oder? Äh, äh, hat Sandy gerade bei dir geschrieben. Stimmt, das würde Sinn machen. Das würde definitiv Sinn machen. Ja, ah, ah. Äh, hab ich Erde irgendwo? Ja, hab ich. Sehr gut. Weil, ich versuch mal ein Trick. Ich versuch mal ein Trick. Ich versuch mal ein Trick.